Was für ein Stellenwert hat die FIBO als Messe für euch oder wie stark ist sie in euer Jahr integriert? Ja gut, das ist natürlich schon ein absolutes Highlight. Wir haben Milan eigene Veranstaltungen wie der Milan Kongress oder dieses Jahr der Product Launch Queue im Januar. Das sind natürlich wichtige Events, aber schlussendlich das hier ist das Branchen-Event. Und ich habe ja schon erwähnt, für uns ist es auch eine Standortbestimmung, es ist auch eine Order-Messe. Am Ende der FIBO wissen wir sehr, sehr wohl, wo wir stehen. Wir treffen hier ganz viele Menschen, das ist ein Netzwerk, man kommt zusammen, hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei uns.